Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV und zu meiner vierten Folge des Formats Wie ist es woanders? Diesmal, wie ist es in den Niederlanden? Und dazu begrüße ich den Felix. Hallo Felix. Hallo Gunnar. Seit wann bist du denn in den Niederlanden? Also es ist ein bisschen eine Schwiergeschichte. Also ich bin geboren in Deutschland und da habe ich meine Kindheit verbracht. Dann bin ich nach Belgien gekommen. Da habe ich dann meine Teenagerjahre so ein bisschen durchgebracht. Und jetzt lebe ich es ungefähr seit zehn Jahren in den Niederlanden. Was natürlich für mich ist das natürlich so ein bisschen, also ich sehe jetzt alles quasi dreifach, als quasi dreifach Horror für mich, weil ich verfolge das natürlich jetzt in drei verschiedenen Ländern. Kann auch ein bisschen so sehen, wo die Unterschiede sind und so. Also ja, ich verfolge die ganze Geschichte natürlich, wie jeder. Naja, und in den Niederlanden hat es halt so angefangen, dass unser Ministerpräsident halt gesagt hat, Herdenimmunität am Anfang, da will er jetzt aber nichts mehr von wissen. Und dann kam quasi auch dieser Lockdown halt, den wir am Anfang alle hatten. Und im Sommer war das halt irgendwie noch, ja, da war irgendwie noch so eine Stimmung da. Es war ein bisschen komisch, aber wir hatten irgendwie noch, es war alles irgendwie noch ein bisschen, nein, nicht spaßig. Also man hat es in Erden schon gesehen, aber man hat sich halt noch getroffen. Und das war alles noch so ein bisschen, ich weiß nicht, hier in den Niederlanden noch so ein bisschen leichter unter Freunden so. Und dann hat es dann angefangen mit diesen Horror-Stories so aus Deutschland und aus Belgien. Hat man dann schon so Sachen gehört wie Maskenpflicht und dies und das und jenes. Und hier in Holland war es halt echt eine lange Zeit so, ja, es gab halt keine Maskenpflicht. Alles hat sich noch ziemlich frei angefühlt. Und das kam dann halt so echt viel später alles erst, so Schritt für Schritt. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. Ob es jetzt irgendwie daran liegt, dass in Holland, dass die Politiker vielleicht denken, so die, hier braucht man ein bisschen länger, dass sich die Leute da irgendwie, ja, irgendwie fügen zu solchen Regeln oder so. Aber es ist quasi alles, was in Deutschland passiert, wird irgendwann, kommt es hier halt auch an. Es dauert halt alles nur ein bisschen länger, habe ich so das Gefühl, ja. Die Niederländer selber gelten ja eher als der Freiheit und dem Individualismus gegenüber positiv eingestellt, so wie ich es in Erinnerung habe. Meinst du, das ist ein Grund dafür, dass es so eine gewisse Verschiebung gibt, dass eben die Maßnahmen dort später eingeführt werden? Naja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube, dass die Politik generell eher denkt, dass, ja, ich weiß nicht, es ist mehr so ein Herantesten, weil sie haben halt zum Beispiel fast das ganze Jahr gesagt, zum Beispiel Maskenpflicht, es bringt nichts. Es ist halt irgendwie ein Schein. Es ist nicht gewiesen, dass es irgendwas bringt und so. Und dann letztendlich kommen die dann doch auf den Punkt, wo die sagen, irgendwie alle klein ein bisschen helfen und die machen es jetzt doch, obwohl die halt das ganze Jahr verkündet haben, dass es absoluter Schwachsinn ist. Und das macht es natürlich auch total, ja, komisch für die Leute, das irgendwie auch zu akzeptieren, weißt du? Weil wenn man das ganze Jahr gesagt bekommt, dass es irgendwie Schwachsinn ist und dann auf einmal hört man so, nee, es bringt jetzt doch was und jetzt auf einmal gibt es ja auch irgendwie, ja, jetzt hier draußen, wenn ich jetzt in meiner Stadt hier rumlaufe, weißt du, man muss es nicht auf der Straße tragen, aber so viele junge Leute, zu mir manchmal fast schon weh, tragen das halt auch auf der Straße, weißt du? Und hier passieren halt so ganz komische Sachen, so, dass es halt erst ganz viele Sachen irgendwie gesagt wird, ja, machen wir hier nicht und dann letztendlich doch. Und dann kriegen kommen, naja, klatschen die halt irgendwas zusammen und dann ist es auf einmal auch wieder super wichtig oder so, weißt du? Ja, es ist halt, ja, ziemlich nervig, weißt du? Das ist halt echt wie, wie nennt man das so, Salami-Taktik auch irgendwie, weißt du? Das fängt halt immer so an, weißt du, in den Medien kommt halt immer so, ja, da kommt halt irgendeine Umfrage, dann haben die irgendwie 2000 Leute gefragt irgendwie und dann heißt es auf einmal in den Medien so von, wo bleibt die Maskenpflicht? Wir wollen Leute verlangen nach der Maskenpflicht und das ist dann irgendwie so eine Umfrage, wenn man sich die mal richtig anschaut, ja, blödsinnig, so ein paar Leute gefragt halt und dann noch wahrscheinlich Leute, die dann irgendwie noch da irgendwie zu der Zeitung gehören oder was auch immer und dann wird halt so ein Bild dargestellt, also ob das ganze Land schreit, echt will diese Maskenpflicht haben und dann sagt die Politik, sagt dann halt, ah ja, wir haben euch gehört, ja, da müssen wir jetzt auch Maskenpflicht machen, weißt du? Und dann, und so läuft das halt immer, das ist so ein komisches, perverses Spiel irgendwie zwischen den Medien, die dann irgendwie sowas in die Welt setzen und dann so, ja, nach meinem Gefühl, ne, also so erfahre ich das, nach meinem Gefühl und dann ist das fast schon so wie, als ob alle Leute das fragen würden, so alle Leute wollen das irgendwie und dann, und dann kommt die Polizei und sagt, ja, dann machen wir das, Leute wollen das anscheinend, weißt du? Und jetzt haben wir seit kurzem auch Sperrzeit, also um 9 Uhr und das ging genauso, weißt du? Das war auch immer so, so, nee, wir wollen unsere Leute nicht einschließen, das machen wir auf keinen Fall und so und dann ist es auch blödsinnig, bringt auch nichts und jetzt auf einmal so, ja, Sperrzeit 9 Uhr und gestern, ja, gestern ist was Interessantes passiert, also da gibt es halt so eine Organisation, die heißt Viruswahrheit und die haben gestern halt, haben die halt vor Gericht halt gewonnen, dass diese Sperrzeit, dass die sofort abgeschafft werden muss und dann den ganzen Tag über war das dann sofort, war das klar, also keine Sperrzeit mehr, aber die Regierung hatte natürlich so einen Einfluss auf, ja, auf die Richter und alles, dass es sofort wieder, also am Nachmittag kam dann schon wieder eine zweite Session, irgendwie haben die dann so eingebaut und am Abend war es schon wieder, war es schon wieder vorbei, also das war irgendwie, am Morgen war es halt irgendwie so, ja, keine Sperrzeit mehr und dann am Abend war es schon wieder traurig, weißt du, das war irgendwie, ja, so ein Blödsinn und jetzt am Freitag kommt jetzt nochmal so eine neue Session da vor Gericht, aber ich glaube, ja, die Leute haben ja auch kein Vertrauen mehr irgendwie, ich glaube, das wird jetzt auch weiter so gehen und die Politik reagiert dann auch sofort und auf einmal, ja, machen die alles Mögliche, um das dann doch irgendwie zu machen, und die können auch nicht akzeptieren, weißt du, dass das dann irgendwie ein Richter entschieden hat, wird nicht akzeptiert, da wird halt alle möglichen Kurven zwingen sich da rein und dann, ja, dann ist es halt wieder, ja, dann bleibt es jetzt halt wieder und für wie lang, keiner weiß es, ne, ja, keine Ahnung. Also es wird so lange dran gedreht, bis man das gewünschte Ergebnis hat. Genau, genau, ja. Und wie machen die Niederländer selber mit? Gibt es auch jetzt Protest? Du hast gesagt, da ist schon ein bisschen Unzufriedenheit und man versteht es eigentlich nicht. Gehen Leute auf die Straße? Halten die sich überhaupt an die Maßnahmen, so brav, wie es die Deutschen tun? Also es ist, es ist so ein bisschen doppelt, ne? Also ich glaube, es ist auch sehr, in der Presse werden hat, es gibt halt Proteste, also in Amsterdam manchmal und so und ich muss auch sagen, also ich muss aufpassen, was ich sage, also es, die, am Anfang war es natürlich eine Gruppe von Menschen, die hier natürlich angesehen, ja, es sind sozial Schwächere, sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, und die werden dann halt sofort, ja, dann das Übliche, wie in Deutschland halt auch, ne, Nazis, irgendwelche komischen Gestörten, Corona-Leugner, dies und das, obwohl ganz viele von den Menschen, ja, ähnlich wie in Deutschland auch einfach nur echt schon, ja, die Ersten sind, die irgendwie sehr schwer getroffen werden dadurch, oder halt besorgt sind oder halt, ja, natürlich auch an den Maßnahmen anzweifeln, aber dann auch in den Medien sofort dargestellt werden, als, ja, als das, ja, sofort niedergemacht werden und dann ist jetzt auch diese Angststimmung gibt es jetzt halt auch, dass sobald man, ja, sobald man nicht da hinstellt oder so, dann wird, ja, dann kann man am nächsten Tag einen Artikel in der Zeitung lesen, dass da ein paar Nazis irgendwo standen oder so und so wird das halt schon so ein bisschen, ja, die Leute haben halt Angst, weißt du, wenn ich jetzt unter Freunden mit Leuten rede, dann, ja, da merke ich schon, weißt du, ich treffe mich auch mit Leuten, da sitzen wir auch manchmal mit zehn Leuten irgendwo heimlich drin oder, ja, bei jemandem zu Hause oder so, das Kranke ist, dass man manchmal dann noch in diesen illegalen Settings dann noch diskutiert mit manchen über die Maßnahmen, obwohl, ja, das ist schon fast komisch, weißt du, wenn Leute dann schon irgendwo illegal quasi sich treffen und dann noch mit dir diskutieren über irgendwelche Maßnahmen, das ist schon eine ganz komische Dimension, aber ich glaube, dass Leute generell einfach nur Angst haben, sich, ja, irgendwie für was angesehen zu werden oder so, weißt du, ich glaube, das ist halt das Problem, zum Beispiel jetzt letztes Wochenende, weil hier, also ich wohne in einer Stadt, wo Karneval ziemlich groß ist und ich war letztes Wochenende hier in der Stadt unterwegs und ich muss schon sagen, also ich habe schon so gemerkt, dass die Leute schon echt satt sind, so, weißt du, ich glaube, da, weißt du, zum Beispiel in den Zeitungen liest man ja zum Beispiel, habe ich einen Artikel letzte Woche gelesen, da hieß es, ja, die Jugendlichen dürfen sich jetzt erstmal wieder treffen in einer öffentlichen Bücherei, vielleicht mit Abständen und Maske und so, naja, und weißt du, aber das ist halt in den Medien und wenn du jetzt hier in der Stadt rumläufst, ja, dann siehst du beim Skatepark oder so, dass sie da auch alle echt gemütlich zusammen skaten und so, also es ist schon irgendwie, es sind schon so zwei Welten, wir kriegen irgendwie sowas vorgespielt in Medien, wie so, ja, wir dürfen uns jetzt vielleicht sehen mit Abstand und dies und das, aber wenn du dann rausgehst, siehst du eigentlich schon, dass die meisten Leute, naja, es kommt drauf an, es gibt natürlich die, die natürlich sehr, sich schon festgefahren haben in allem, aber auch ganz viele Leute, die irgendwie, die wollen halt auch nicht so kritisieren oder so, aber die sind schon satt irgendwie, aber sie wollen sich jetzt auch nicht irgendwo hinstellen und protestieren, weißt du, ich glaube, das ist schon, ja. Und gibt es denn diese Denunziationen, die wir in Deutschland so haben? Ich kann mich erinnern, mein letzter Besuch in den Niederlanden hat mich erstaunt, dass ja sehr wenige dort, wie heißen die Dinger, Jalousien oder eben Vorhängen vor den Fenstern haben aus, glaube ich, einer kulturellen Eigenheit, dass man gerne auch zeigen möchte, dass man nichts zu verbergen hat. Wie ist denn dieses Denunziationsverhalten bei den Niederländern? Na ja, da hast du schon recht so. Ich finde es auch immer sehr komisch hier. Ich könnte so nicht leben, so mit Offizien. Naja, ich, also in meiner Gegend hier ist das, glaube ich, sehr entspannt. Also wenn ich solche Sachen höre, auch mit, dass irgendwelche Leute angerufen werden oder irgendwie, weißt du, oder das hört man eigentlich eher weniger. Das ist echt so, das höre ich auch mehr so aus Belgien oder so, weißt du, dass da irgendwie, weißt du, dann liest du echt so Artikel manchmal, dann haben irgendwie vier Leute irgendwo zusammengesessen und so und dann heißt es gleich schon so, Corona-Party ist irgendwie gestoppt worden mit großer Polizeieinsatz und so. Und das hört man hier manchmal auch, aber irgendwie in meiner Ecke jetzt nicht so. Ich glaube, die Provinz, wo ich wohne, ist halt noch ziemlich entspannt. Also das höre ich echt so mehr so, ja, wenn man in tiefer Holland reingeht, so tiefer in die Niederländer, dann hört man manchmal auch schon so Storys. Aber ich, ja, ich weiß nicht. Ich frage mich auch manchmal so, dass das Bild, das man in den Medien sieht und wie es dann in echt ist oder so, ich glaube, das ist manchmal auch sehr unterschiedlich. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie gehen die Medien mit dem Thema um? Ich schätze mal, das ist doch durchaus vergleichbar mit dem, wie sie hier agieren. Ja, also auf jeden Fall. Es ist sehr einseitig. Also alles, was pro Regierung ist, ja, man hat echt das Gefühl so, dass diese Zeitung, manchmal frage ich mich echt so, das ist fast wie so ein Streit gegen die Bevölkerung oder so, mit der Regierung zusammen oder so. Weißt du, gestern auch, wo dann diese Sperrzeit weg war und dann kommen so Zeitungsartikel wie so, ja, wann, wie kann die Regierung jetzt das wieder lösen, dass die Sperrzeit wiederkommt und so, weißt du, das ist halt so, alles ist halt echt darauf ausgelegt, dass keine Kritik, jeder, der Kritik hat, wird irgendwie, da werden irgendwie Sachen ausgegraben von früher oder irgendwelche komischen, ja, wird da irgendwie irgendwelche dreckige Wäsche gesucht, auf jeden Fall, ne, und es ist, ja, es ist zum Heulen. Also die Nazi-Keule gibt's dementsprechend auch? Ja, 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 auf jeden Fall, ja. Ja, das ist ziemlich ähnlich, ja. Und ja, wie ich schon sagte, ne, also ich glaube, das hat hier echt ein bisschen gedauert, bis das hier so ankam, aber so langsam kommen wir echt so, weißt du, ich war auch nicht mehr in Deutschland schon, ja, eigentlich schon seit dem Anfang nicht, wo das alles angefangen hat, und ich habe immer diese Storys aus Deutschland gehört und ich war halt immer so ein bisschen schockiert, weil ich das hier halt nie so, ja, nie so wahrgenommen habe oder so, so manchmal so ein paar Storys gehört, aber so langsam kommen wir jetzt schon echt in eine Ecke, wo das echt schon, also hier wird noch nicht so mit Helikoptern über den See geflogen, wo Leute Schlittschen fallen, so das jetzt gerade noch nicht, glaube ich, aber man kommt jetzt schon so in so eine Ecke, wo ich glaube, wo sich das alles schon abgleicht, so, und das finde ich auch ein bisschen beängstigend, dass echt so die ganzen, also Belgien nach meinem Gefühl war schon echt sehr schnell, sehr repressiv, also die haben sofort alles unterdrückt und so, und da war es echt sofort harte Keule, echt so alles, und Holland war halt immer so, und da hat Belgien sich auch sofort, also jetzt darf ich auch zum Beispiel nicht nach Belgien reisen, weil die haben ihre Grenzen schon wieder dicht gemacht, weil die dann denken, ja, in Holland ist viel zu viel erlaubt und so, und das wollen wir jetzt hier nicht reinlassen und so, aber so langsam merken sich schon, dass die Länder sich schon alle sehr, ja, das wird alles halt dasselbe so, und ich glaube, ich finde Deutschland halt immer so ein Vorbote, für was hier noch kommen wird oder so, habe ich das Gefühl, weißt du, ja. Auf jeden Fall. Ja, dann würdest du wahrscheinlich einem Maßnahmen- und stressgeplagten Deutschen nicht unbedingt empfehlen, jetzt zur Erholung in die Niederlande zu fahren? Naja, ich weiß nicht, ich glaube, es kommt darauf an, wo man hinfährt, ne. Also, was auf jeden Fall vorteilhaft ist, ist, dass man, wenn die hier, ja, ich weiß, sind in Deutschland, sind auch noch alle, ist wahrscheinlich auch noch geschlossen. Ja. Naja, hier auf jeden Fall, also zum Shoppen auf jeden Fall nicht. Oh, okay. Weil es ist nichts offen. Also, da dürfen nur so ein paar Leute Kaffee verkaufen oder so. Mhm, okay. Also, aber was natürlich schon ist, ich weiß auch nicht, wie das bei euch mit Maskenpflicht ist, also, auf der, ich weiß, also, ihr bist aus Köln, ne? Also, ob ihr jetzt in der Straße auch Maske tragen müsst oder so? Also, wenn ihr einfach rauskommt. Nee, es ist in einzelnen Straßenzügen, so, ja. Aber das merke ich zum Beispiel so, ja, also, gerade eben war noch ein Kollege von mir und der ist halt so, der kommt hier halt schon an mit Maske auf und so und dann realisiert es sich auf einmal so, wir sind ja in Holland, weißt du, die brauchen ja gar keine Maske. Und dann ist es schon irgendwie so, oh ja, dann sind ja auch immer alle ganz happy und so. Aber sonst, ja, ich bin jetzt auch nicht into Shopping oder irgendwas. Also, ich glaube, ja, es ist hier alles ziemlich tot, ne. Und weißt du, es gab von der Zeit hier auch ziemliche Proteste, die dann auch, wo halt Jugendliche, ja, die auch in einer sehr brenzlichen Lage sind, weil die halt, ja, die können halt nirgendwo hin, die dürfen keine Freunde treffen und so. Und dann gab es ja halt auch Proteste. Und da waren halt schon ein paar Jugendliche, die echt randaliert haben und so. Und seitdem haben halt sehr viele Geschäfte halt alles verrammelt, ne. Also, echt so alle irgendwie überall Holz vor und das sieht halt aus wie Apocalypse, weißt du. Schlimm. Und jetzt, ja, und diese Sachen haben die jetzt alle drangelassen. Und jetzt, wenn du jetzt manchmal rumläufst, so, dann läufst du halt in leeren Straßen und dann alles noch so mega verrammelt und so, was dann echt schon ein sehr unschönes Gefühl ist, so, weißt du. Aber jetzt, die letzten paar Tage war es halt sehr gutes Wetter. Und dann kommen auch alle raus. Dann gibt es halt wieder so ein bisschen Leben. Aber wenn es jetzt irgendwie schlechtes Wetter ist oder so, dann fühlt es sich manchmal schon wie im, ja, wie in so einem schlechten 80s Apocalypse Movie oder so. Ja. Da können wir uns schon mal für die Zukunft drauf einstellen. Kann man schon mal trainieren. Und vielleicht. Wenn bald die Klimat-Lockdowns kommen und so, ne. Genau. Felix, dann viel, viel Dank für deine Eindrücke aus den schönen Niederlanden. Und, ja, ich hoffe, dass die meisten Zuhörer jetzt nicht total entmutigt sind. Nee, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall auch sagen, ja, kommt einfach mal vorbei. Schaut es euch mal mit eigenen Augen an, würde ich sagen. Ja, genau. Was soll schon kurz schief gehen? Felix, vielen Dank. Ja, danke dir auch. Ciao. Ciao. Ich zog durch alle Welt und suchte nach dem Glück. Ein Wind des Schicksals führte mich nach Haus zurück. Mein Herz war arm, trotz aller Schätze, die ich war. Zu guter Letzter sah ich dich und hab erkrankt. Nur du sollst der Kaiser meines Herzens sein. All meine Treue gehört dir allein. Mein Reich der Liebe ist für immer dein. Nur du sollst der Kaiser meines Herzens sein.